Diese Produkte sind speziell, weil sie zu jeder Zeit verwendet werden, zum Beispiel die Sandbürste, ist für die täglichen Gebrauch in Menschen für Mundhigiene, ist der Teddywag, weil es verbreitet, um ein Geschenk an eine spezielle Person zu geben. Und die Leistung ist unentfällig für die Menschen, weil es dazu dient, es greiflich zu kommunizieren, wichtig Notizen zu machen. Unter seinen Dokumenten unter anderem. Wichtig, was macht den Unterschied mit anderen angelegten Produkten, ist die Qualität des Produkts, weil es viel Sache von Preis sind, aber die Verwendung des Produkts ist das Gleiche.